Hallo ihr Lieben, willkommen auf Stempelharmonie. Mein Name ist Janine Starge und heute wollte ich euch zeigen, wie diese Karte hier funktioniert, wie man diese macht. Und zwar hatte ich vor einiger Zeit ein Video hochgeladen, in dem ich aufgerufen habe, dass ihr mir doch eure Inspirationen schicken könnt, und zwar von Pinterest. Dass ihr dann mal nachschaut, welche Karten gefallen euch und dass ihr dann sagt, oh Mensch, die gefällt mir sehr gut und dann möchte ich gerne wissen, wie die funktioniert. Und das haben einige von euch auch getan. Und hier ist mitunter das Ergebnis so einer Karte von einer lieben Dame. Die hat mir folgendes Bild geschickt von einer Karte. Und genau diese Karte habe ich eben versucht nachzubasteln. Und wie das Ganze dann geworden ist oder was auch, wie ich das mache, das seht ihr jetzt. So, und zwar habe ich eine Karte vorbereitet. Die ist 16x10,5 und eine Falz in der Mitte bei 8. Und die ist ziemlich, ziemlich klein, aber diese Kätzchen, die von Io, also Impression Obsession, das sind wirklich diese winzigen Katzen. Hier, und ich habe sie auch schon mal ausgestanzt. Und die sind wirklich so winzig. Und auf dem Foto sieht es eben so aus, dass die eben gerade so immer in das Feld passen. Also da ist nicht viel Platz nach um und unten. Und deswegen habe ich die Karte eben einfach so angeglichen. Es gab keine Vorlage für die Karte, die habe ich mir selber errechnet und die will ich euch jetzt zeigen. Und zwar brauchen wir dann erstmal auf dieser Seite, die wir bearbeiten müssen, Falzlinien bei 2 cm. 4 cm, 4 cm, 4 cm, so mal ist hier wieder, wenn man von der Mitte ausgeht, sind das dann die 4 cm und bei 6 cm. Dann haben wir eben genau die 4 Felder und zwei davon werden ja dann eben beschnitten. Das war gerade und das war gerade. So, und jetzt geht es auch in diese Horizontale und da müssen wir Falzen bei 0,5. 0,5 sind immer diese, ich habe hier mal so einen Prototyp, immer diese Seiten hier. Hier habe ich nämlich ein bisschen, besser gesagt, das Papier war nicht fest genug, deswegen ist das schon ein bisschen kaputt. Aber so mache ich das immer. Ich nehme erstmal ein kleines Papierchen, also ein dünnes Papier und errechne mir das an diesem Papier. Und diese Felder hier sind immer 0,5 cm breit und diese immer 2 cm breit und hoch. So, und hier haben wir dann auch diese sichtbaren 1, 2, 3 Falzlinien und insgesamt 4 Felder. So, und da man immer dann anfängt, man fängt ja von der Seite am besten an, man kann auch so rum anfangen, aber ich finde es einfacher, wenn man das so rum macht. Da muss man dann eben immer von 0,5 ausgehen und man weiß ja, dass hier sind 2 cm, also rechnet man 2 cm dazu, sind also 2,5. Hier ist wieder 0,5 cm, also sind es dann bei 3, plus wieder 2 cm sind hier wieder 5, plus 0,5 sind 5,5, plus 2 sind 7,5, plus 0,5 sind wieder hier 8, plus 2 sind wir hier wieder bei 10. Und dann kommt 0,5 übrig, deswegen ist das hier 10,5 lang. So, und dann machen wir das hier. Ich leg das hier drüben als erstes an bei 0,5 und ziehe meine erste Falz, aber nicht von der Mitte an, sondern wirklich nur von diesen innerhalb dieser 3 Falzlinien. Weil man möchte ja wirklich nur dieses Innere stülpen. Hier habe ich es nämlich falsch gemacht, deswegen ist es ja auch nur ein Prototyp. Habe ich von außen geschnitten, aber man braucht ja wirklich nur den inneren Part. Und nicht falzen, sondern schneiden. So, das war auch nochmal ein Fehler. Also, 0,5 ansetzen, das Papier da oben, so da ist die 0,5 Linie. Und dann setze ich hier dann auch an, an dieser Falzlinie und ziehe das runter bis zur letzten Falzlinie. Und dann habe ich hier meine 0,5. Das erste, was wir auch hier haben, die 0,5. So, dann kommt ein 2 cm Kästchen. Also ruht sich das hoch bis 2,5. So, auch hier mir das alles aufgeschrieben. Hier sind die Falzungen mit 2 cm, 4 cm, 6 cm. Und das hier sind jetzt die Schneidelinien. 0,5 haben wir gemacht, jetzt sind wir bei 2,5. Rutscht das mal rüber, dann ist das hier beides mal zu sehen. Also 2,5 haben wir hier oben. Da haben wir die 2,5. Hier oben sind 2,5. Und jetzt schneiden wir wieder innerhalb dieser Linien. So, und jetzt kommt wieder ein 0,5 Streifen. Deswegen müssen wir das dann anlegen bei 3 cm. So, mein Schneidemesser ist nicht mehr das neueste, hätte ich mal austauschen sollen. Aber das ist ja für das Video. So, jetzt drehe ich das Ganze um, weil hier geht es dann nicht mehr weiter. Jetzt gehe ich das hier lang weiter. Also, setze ich das hier jetzt so an. Jetzt kommt wieder ein 2 cm Stück. Also, eben waren wir bei 3, plus 2 sind 5. Also legen wir das alles bei 5 an. Ist gar nicht so schwer. So, zeige ich euch auch dann, wenn wir hier fertig sind, wie man das Ganze vergrößern kann. Das ist einfach nur eine kleine Rechneraufgabe. So, jetzt kommt wieder ein 2 cm Stück. Also, setzen wir an bei 5,5. Äh, 2 cm, nicht 0,5 cm Stück kommt. Und deswegen setzen wir an bei 0,5, äh, 5,5. Meine Güte. Uh, jetzt habe ich zu weit geschnitten. Das sollte nicht passieren. So, jetzt kommt ein 2 cm Stück wieder. Also, 7,5. Ah, das Messer ist echt nicht mehr gut. Also, nehmt unbedingt ein scharfes, neues Schneidemesser. Jetzt kommt wieder ein 0,5 Stück. Deswegen rutschen wir rüber auf die 8 cm. Das haben wir auch hier. 8 cm. So, und die letzte ist bei 10, weil es kommt wieder ein 2 cm Stück. Und 0,5 Stück bleibt dann wieder übrig. So. Sieht ganz schön verhunzt aus, weil eben die Schneideblätter oder das Schneideblatt nicht mehr so gut ist, leider. So, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Und jetzt falten wir uns das. Und zwar kommt es einmal so, dann wie ein, wie ein, wie eine Ziehharmonika nach außen. Und dann wird es schwierig. Diese Teile müssen alle nach vorn. Und das Mitteteil muss nach hinten. Also die 0,5 Seiten vorne und die 2 cm Stücke müssen nach hinten. Also so. Und dann haben wir das und das äußere Stück wird wieder nach hinten. Und so muss es dann praktisch aussehen, wenn es gefaltet ist. Natürlich ein bisschen schöner geschnitten. Halt, hier ist hier ist was nicht ganz richtig. Das wird ja nicht ganz mit so rum. Also so sollte es dann aussehen. Die 0,5 Teile, die stehen nach vorne und alles andere ist nach hinten gefaltet. Und so steht dann die Karte. Na? So, jetzt wollen wir das Ganze noch verschönern. Und dazu habe ich mir Teiler schon vorgeschnitten aus verschiedenen Designpapier. Und zwar habe ich die Maße genommen, die das Feld hat und nur 2 cm abgezogen. Das heißt, wenn das hier 8 x 10,5 cm hat, habe ich das in den Maßen zugeschnitten 7,8. Also 0,2 Das sind Millimeter. 2 mm abgezogen. Von 8 auf 7,8 und von 10,5 auf 10,3. Da kommt dann dieses hier raus. Und diese Stücke hier sind ja 2 x 10,5 also 2 mm abziehen. 1,8 x 10,3 War da auf dem Bild auch ein dunkleres Stück abgebildet, also nehme ich hier das dunklere Stück. Und hier genau dasselbe, bloß wieder hell, also nehme ich hier wieder das helle Stück. Und hier war das eben abwechselnd und nur auf dieser Seite. Und das sind ja 2 x 2 cm also 2 mm jeweils abziehen 1,8 x 1,8 1,8 cm. Da fange ich mal mit dem dunklen Stück. Dann nehme ich ein helles. Dann wieder ein dunkles. Wo ist es? Hat sich versteckt. Und dann wieder ein helles. und dann können die Kätzchen platziert werden. Und die sind so winzig wirklich, dass die am besten mit Klebepunkten oder sogar wirklich einfach nur mit Kleber fixiert werden. Und ja, da habe ich jetzt das Bild nicht direkt vor Augen. Aber dann mache ich, schalte ich euch mal gleich aus, klebe das alles auf und dann kann ich auch nachgucken, wie ich die Kätzchen dann platzieren soll. Also ich schalte euch gleich wieder ein. So, fertig sind sie alle aufgeklebt. Und jetzt habe ich auch nochmal das Bild vor Augen. Also, so wie es auf dem Bild aussieht, so würden die Maßen auch hinhauen. Allerdings ist mir aufgefallen, dass nicht alle Katzen genau dieselben sind wie auf dem Foto. Also ich habe hier diese, diese und diese, die so ziemlich genauso aussehen. Diese hier zum Beispiel hat den Kopf etwas anders und die hier oben, die stimmt gar nicht. Die anderen passen auch überhaupt nicht dazu. Also es sind noch zwei andere Katzen, zumindest auf dem Bild in diesem Set angeblich vorhanden, so wie es ausschaut. Und demzufolge würde ich sagen, dass es auch keine Katzen von Impression Obsession sind, sondern dass es ganz andere Standschablonen sein müssten. Ich hatte jetzt aber nur diese gefunden und wollte es einfach so mal nachbasteln, so wie es eben auf dem Foto aussieht. Von dem Maßen her und ich glaube, es geht eigentlich auch nur um dieses Gefaltende. So, und das habe ich somit erfüllt. Die Vorderseite kann man ja dann eben machen, wie man möchte. Man kann jetzt die Karte auch wieder in normaler Größe Position zusammenklappen und so auch verschicken und wenn man sie eben aufklappt, hat man diese Faltung oder diese, ja, dieses Gefaltende und sie steht wunderbar und man kann so schmücken, wie man es wünscht. So, also solltet ihr jetzt doch andere Standschablonen dafür gefunden haben oder generell ganz andere Standschablonen damit schmücken wollen, dann habe ich jetzt für euch nochmal andere Maßen, da diese Karte ja sowieso sehr, sehr klein auch ist. Und zwar nehmen wir mal, wo habe ich es? hier vorne sind meine Notizen. Da bin ich jetzt mal ausgegangen von 3 cm Breite. Hier habe ich mal ein Probestück dafür, auch wieder ein, ja, ein Muster sozusagen. Das wäre es jetzt, wenn alle Abstände hier, hier sind sie ja 2 cm, wenn die jetzt bei 3 cm wären, sind wir hier. Also man rechnet sich praktisch aus, welchen Umfang will man hier drin dann haben, welches Flächenmaß. Wenn man jetzt eben bei 3 cm das nehmen möchte, zählt man sich zusammen. 3 plus 3 sind 6, plus 3 sind 9, plus 3 sind 12. Deswegen habe ich auch hier die Falz bei 12, so habe ich mir das ausgerechnet, denn das hier müsste ja dann 12 cm sein, eine Seite oder die eine Seite. Da man das doppelt hat, ist das Ganze gleich 24 cm. Deswegen bin ich ausgegangen bei 24 cm. Und dann rechnet man sich das ja auch von oben nach unten nochmal. 0,5 haut eigentlich in jedem Fall hin. Die habe ich auch 0,5 cm und die mittlere Maße muss dann wieder 3 cm sein. Also zählt man sich zusammen. 0,5 plus 3 sind 3,5 plus 0,5 sind 4 plus 3 sind 7 plus 0,5 sind 7,5 plus 3 sind 10,5 plus 0,5 wieder sind 11 plus 3 sind 14 plus 0,5 sind 14,5. Also 14,5 muss das lang sein. Und das habe ich hier auch aufgeschrieben. 14,5 So einfach kann man sich das errechnen. Und dann schneidet man eben wieder bei 0,5 was ich eben meinte zählt die 3 cm dazu weil man hat hier ja auch jeweils 3 cm also müssen so auch immer die Flächen 3 cm sein Dann sind es also dieser Schnitt hier bei 3,5 dann ist hier wieder 0,5 Stück also schneidet man auf dieser Seite bei 4 dann kommt wieder 3 cm dazu also sind es wieder 7 cm die man dann hier einritzen muss also man muss das Papier bei 7 anlegen dann kommen wieder 0,5 cm dazu also schneidet man bei 7,5 cm was ich eben auch gesagt habe habe ich ja eigentlich eben alles schon gesagt hier ist der Schnitt bei 10,5 dann kommt wieder 3 cm dazu sind wir wieder bei 11,0 10,5 war hier diese Seite dann ist das wieder 11,0 0,5 ist dazu gekommen dann kommen wieder 3 dazu sind wir bei 14,0 und 0,5 Stück bleibt dann wieder übrig deswegen 14,5 so kann man sich alles ausrechnen ich habe hier auch ausgerechnet wie es ist bei 1,5 cm das ist allerdings so gut wie die Hälfte also das ist noch mal ein kleines Stück kleiner als das hier man könnte das jetzt praktisch noch mal machen mit 2,5 dass das hier nicht 3 cm sind sondern 2,5 cm und so rechnet man sich dann eben auch aus also 2,5 cm plus 2 sind 5 plus 2 sind 7,5 und plus 2 plus 2,5 sind müssten 10 sein also 2,5 falz 5 cm falz 7,5 cm falz und enden tut es bei 10 und so rum dann auch wieder das Stück machen wir wieder 0,5 cm plus 2,5 sind wir sind 6 plus 0,5 sind 6,5 plus 2,5 sind 9 plus 0,5 sind 9,5 und wieder 2,5 müssten 12 sein 10 12 12 jawohl und wieder ein Stück 0,5 also haben wir 12,5 Länge dann hätten wir also hier 10 mal 12,5 insgesamt 20 mal 12,5 wenn wir das ein Stückchen kleiner haben wollen als das also 0,5 cm kleiner als das und wenn ihr es größer haben wollt dann rechnet ihr euch das eben größer bei 4 cm müsst ihr eben hier wieder dazu rechnen 4 sind 8 ich glaube das sind 16 4 8 12 16 und nach unten wieder angefangen bei 0,5 plus 4 sind 4,5 also macht ihr bei 4,5 den Schnitt hier plus 0,5 sind wieder 5 und so weiter und so fort rechnet ihr wieder diese Stücke immer 4,5 4 cm dazu und diese Stücke immer 0,5 cm und so könnt ihr das machen wie ihr möchtet also könnt ihr euch wirklich selber ausrechnen und demzufolge wird es dann auch größer oder kleiner wie ihr möchtet so das war mein kleines Tutorial ich hoffe es hat euch gefallen und es war wieder ein wenig informativ und inspirativ ich hoffe ihr habt etwas Inspiration anfangen können so und ja dann freue ich mich auf euch wenn ihr wieder beim nächsten Mal hereinschaut bei meinem Kanal Stempel Harmony also dann einen schönen Tag noch Tschüss Tschüss